Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Dead by Daylight von den fauligen Feldern. Die gute Fang wird uns heute mal assistieren. Ey, schon wieder eine Nurse? Im Moment gibt es echt viel Nurse. Als Gegner. Okay, jetzt müssen wir weg. Oh, shit, hat sie mich doch erwischt. Hau ab. Ich hab noch versucht wegzukommen, aber jetzt geht's in den Keller. Ey, bitte. Habt irgendwo noch ein Jen fertig da, sie sind schon zu zweit. Macht den fertig, komm, komm, komm. Ja, sie geht nach da raus. Komm, macht den fertig und dann kommt ihr mich holen. Okay, der läuft schon los. Da, der kommt schon holen. Braver Mann. Gut, wir müssen hier raus. Ach Mann, hau doch ab, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, ich versteck mich da und, äh, mh. Der sieht doch, dass ich was vorhabe, ey. Da fängt der gut an. Ja, jetzt hat sie den gut bei Grip. Oder Schlag. Ihr glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass sie den aufhebt, oder? Es ist... Okay, weg, 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 weg. Das lief bis jetzt nicht so wie geplant. Gut, wir holen jetzt die andere da runter. So, ich hoffe, dass wir jetzt mal so ein bisschen... ...reihen hier kommen. Komm, du hast BT. Das schaffst du locker, der zu entkommen. Hat die Flüche? Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Also, das ist halt schon echt hart, was sie gemacht hat. Okay, Flüche zumindest ruhen nicht. Okay. Zumindest haben wir die sichere Rettung vom Haken. So, ich muss zurück zum Jain. Ah, sehr schön. Guter Mann. Ich nehme alles so halbwegs zurück. Das, was er eben so ein bisschen so... ...keine Ahnung... ...da machen wollte, macht er hier wieder gut. Ich gehe mal nach da hinten. Also, was auffällt, ist, sie lässt irgendwie kaum bis gar keine Gents aufploppen. Also, was heißt aufploppen? Tritt da rein. Kommt sie oder kommt sie nicht? Okay, sie hat sich jemand anders gekrallt. Und die rennt jetzt runter und das gibt jetzt ein herrliches Massaker. Lauf da raus, Junge. Aber du kannst eh nix mehr tun für die. Vor allem mit BT alles. Komm, der muss erst genesen und dann... ...müssen wir den hier heilen. Okay, jetzt die Frage, wie machen wir es? Die wird jetzt 100 pro den verfolgen. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe am Genf hummeln. Ich ziehe das durch. Aber ich glaube, sie hat ihn schon wieder gefunden. Ja, der holt jetzt den Flashlight safe. Ah, schafft er leider nicht. Ich würde straight hier hinkommen. Oder in die komplett falsche Richtung. Ne, ich hoffe, der hat irgendwas wie Adrenalin. Weil dann können wir dem jetzt richtig geil helfen. Was gehen wir jetzt? 1 BT. Okay, 3 Treffer. Wenn alles gut geht, können wir einstecken. Hm. Okay, er hat ihn. Komm, raus, 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 raus. Der war schön. Yes, also wir sind draußen. Die anderen beiden müssen es eigentlich auch schaffen. Ja, der zweite Sanikasten, den habe ich nicht mehr aufgebraucht, weil ich ihn auch nicht mehr gefunden habe. Wie sieht es da aus? Ja, die werden safe raus schaffen. Da ist die offene Tür. Und der muss ja jetzt nur noch... Ah, der hat... Niemand wird zurückgelassen. Das ist sehr clever. Oh, schön geblendet. Oh, jetzt wird er... Jetzt wirst du aber frech, mein Freund. Junge, leg's nicht drauf an. Okay, er legt's drauf an. Gut, nach dem Anfangsstart, wo ich mir auch so gedacht habe, ey, what the fuck gibt das? Doch, am Ende ganz lustig, ganz gut. Mit dem schönen dritten Platz, äh, zweiten Platz bin ich zufrieden. Gut. Ja, und jetzt ist auch der endlich draußen. Gut, das war's für heute. Ich freu mich, sag danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gut, das war's für heute. Gut. Geil.